Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin der Superfati und wir spielen zusammen Dead Island. Ja, wir sind hier auf der Insel. Wir haben die Insel verlassen. Ich habe eigentlich groß und ganzen alles noch so hoch gelevelt, wie es nur ging. Und jetzt, ich brenne da drauf, dass ich das hier nochmal durchkomme und dann spielen wir jetzt noch einmal durch. Einmal beenden und dann geht's nach Riptide. Was hat die denn, ne? Gar nichts. So, mach auf hier, Homie. Das können wir alles verkaufen. Ich habe noch Geld ausgegeben und nicht gerade wenig. Du brauchst ein paar Geräte? Ja. Oh, Motorteile, die sind so teuer. 51,10 Euro. Das ist auch so teuer. Da habe ich aber gerade noch welche gekauft. Ich hatte nämlich 75.000. Und das war zu viel. So, die Sequenzen mache ich alle vor. Das nehme ich noch um schnell mit. So, weiter geht's. Okay, Machete ist Eile. Eile. Bitte sag ich schon. Ein Wakisashi. So, was hast du denn für mich? Kuraki. Nein, verdammt. 618. Schnitter. Kaufen wir die drei noch einmal schnell hier. Medikits haben wir auch genug. So, da hinten ist aber noch einer. Mal gucken, ob die neue... Ne, der hat nur eine Pistole. 1.500. Was ist meine denn? 2.100. Das könnte... Aber 14.000. Wir wissen schon, was sie dafür nehmen können. Packeln. Da habe ich 145 von. 54, 50, 35, 27 und keine Zahl. Gut. Ich rush dann hier mal durch. Wir müssen jetzt zu Zelle 413. Watch back. Da sind sie drin. Jetzt haben wir hier noch. Eine Gewehr. Warum Pistolenmunition brauche ich denn? Das ist viel schlimmer. Okay. Den nehme ich noch mit. So, die Gegner, die lasse ich mal am meisten. So. Einfach stehen lassen. Außer den. Den müssen wir gleich nochmal platt machen. So. Da sind sie. Dann haben wir seinen Homie. So. So. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen hier hin. Machen wir mal Taschendampe an. So. Den haben wir. Snack. Den können wir gebrauchen. Einen Drink. So. Energie haben wir voll. Jetzt sind alle auf. Oh scheiße. Jetzt müssen wir einmal rum. Worte immer ran. Wien. Wien haben wir. Weiß nicht. Ich habe keine Ausdehung an me. Operator. Wien. Wien. Wer haben wir. So was haben wir hier noch liegen? Hier haben wir nur Drinks. Noch und nachher. Gut. Gehen wir mal zu Homie und holen den da raus. Let's go! Du hast auch einen Knüffel oder nicht? Wäre nicht so schnell. Wichser kommen da einfach so angerannt. So. Kommst du oder was ist los? Nicht einschlafen. Ach da ist er hin. Scheiße. Oh man. Warte auf mich. Ja ich komm. Wo bist du jetzt? Oh scheiße der ist runter gefallen. Der ist da durchgeglitscht. Oh nein komm hier. Oh shit 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 shit. Ja komm hier komm hier. Schnell weg da. Oh diesen auf auf. Die sind gepanzert. Das kann man gleich merken. War nur einer hier? Das habe ich mir jetzt aber wirklich verdient hier. Ja lauf ruhig vor. Da kommt nichts mehr. So den nehmen wir auch nochmal mit. Können wir alles verkaufen. Ja ganz komisch bei mir. Wenn ich Geld habe dann muss ich es loswerden. Und wenn ich kein Geld habe dann brauche ich wieder was schnell. So verkaufen. Back permit. Militäraxt. Feuer axt. Und Feuer axt. Die sind weg. So Homie. Da ist ein. Kumpane. Holen Munition aus dem Waffenlager. Machen wir. So was hat er noch. Er hat noch was goldenes für uns. Äh ich mein. Violett. Mit. Ein Knüppel. Den verkaufen wir aber direkt ne. So. Dann lass uns mal zum Waffenlager. Ja. Wir lernen genau. Wir müssen hoch. Molly. Okay. So. Hier ist alles voll. Voll tote. Oh da können wir nicht lang. Dann müssen wir hier lang. Oh ich liebe diesen Tritt ne. Springen und treten. So. Und ich hoffe dass wir da auch noch ein bisschen. Boom. Den einen haben wir. Und den auch. Top. Das läuft ja. Hier. So. Da war Munition. Was. 150 Cash hat er gehabt. So. Hau ich die noch eben kurz. Kaputt. Lohnt sich das. Na, warum treffe ich das Ding nicht? Das ist so scheiße. Das ist so kacke. Wer schreit denn da? Ach, da ist noch einer. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Den habe ich gar nicht gesehen. Gibt es ja gar nicht. Du kannst laufen, ne? So, die schmeiße ich direkt da hin. So, Homie. Was hast du denn hier? Oh ja, wir müssen den Schlüssel holen, ne? Dann müssen wir hier erstmal zurück. Die lasse ich mal da. Oder. Ich versuche das mal von dieser Seite. Boom, geht doch. Verdammt nochmal. Wo ist er? Ich werde doch noch einen atmen. Gern nicht. Die haben noch was. 500 hat er bei sich gehabt. Das ist ja nicht schlecht. Dann ist er hier drin, oder? So. Da ist noch Molly. Das nehme ich auch essen mit. Hey, 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 hey. Genau, da waren welche drinne. Boom. Headshot. Verdammt. Und da zuckt er. Noch einer? Ne. Oh, Gewehre nehme ich auf jeden Fall mit. Gewehre ist ein Muss, ne? Ein Snack. Oh, da ist noch eine Kiste. Was ist denn mit euch los? Ist da noch einer? Okay. Da war nur einer. Und der hatte Pistole. Alkohol. Generalschlüssel. Da haben wir ihn. So, dann können wir nämlich schnell zurück. Halt. Okay. Nasty surprise. Uh oh. Ich hoffe, dass wir nicht die Elektronik aufbauen. Einmal wieder. Boom! Der war gut. Oh, der ist auch tot. Das Süße läuft ja. Der war richtig gut. Den wollen wir nicht. So, dann haben wir ihn auf. Munition haben wir voll. Blöderweise. Was geben die? 340. Nehme ich das. Und dann haben wir schon alles. Warte. 340. Da würde ich ihm einmal nachgucken. Ob sich das lohnt. Fallen lassen. Schraumschlüssel fallen lassen. Durch ein Messer fallen lassen. Und Schraumschlüssel fallen lassen. Alles andere ist, glaube ich. Ist auch billig. 400. 500. 500. 1700. 984. So. Dann können wir hier nämlich nochmal aufstocken. Gut, dann haben wir alles. Dann können wir auch so wieder zurück. Oh, da sind wir ein bisschen durch die. Ey. Jetzt stehst du auf. Die ganze Zeit geht das hier ab. Wie ein Schmiedszerfjenier. Okay. So. Dann gehen wir aber erst mal schnell verkaufen. Öh. Öh. So. Top. Haben wir noch wieder einen Hammer. Und was war das jetzt? Öh. Die Küche, ne? Ja stimmt. Die Küche. Oh, hier ist wieder ein bisschen. Nachgespawnt. Eben schnell. Aufleveln. Gut. Dann will ich das noch immer wieder verkaufen. So. So. Zum Kaufen. Hat er noch kein. Keine, äh. Amorei Schwert. Und er. Eine grüne Pistole. 1700. Das ist Level 43, ne? Was habe ich meinen? Meiner ist 40, ne? Ne 36. Das wären. Boah. Sieben. Sieben Points hier. Sieben Level. Wäre eigentlich eine Überlegung wert. Da komme ich jetzt nicht hin. Von hier. Snack. Oh ja. Snack. Kann ich mir. Rücken. So Homies. Wie mache ich euch denn am besten fertig? Ja komm her. Dann habe ich. Drei Stück. Top. Den mache ich mal so. Hey. Weißköder. Weißköder. Das war nichts. Dann geht da ihm hin. So. Den einen habe ich. Den habe ich auch. Der steht im Brand. Und den Rest machen wir so. So. Snacken brauche ich nichts. Der hatte glaube ich noch was schönes. Munition, Munition habe ich voll. Die Axt nehme ich noch mit. Hier ist doch genug Lebensmittel. Wann muss ich denn jetzt noch weiter? Boom. Okay. Da ist nichts drin. Snacken. Molly. Axt. Snack. Ja komm her. Das war nichts. So. Den drücke ich diesen hier mal. Boom. Wichser. Wenn ich Glück habe, fällt der auch noch. Ja. Ja jetzt hat sie was verstanden. Jetzt hat sie ihren Namen verstanden. Die Alexa. Die hat ihren Namen verstanden. So. Was hast du denn? Boah. Der hat mir eine gegeben noch. Junge. Junge. Voll plack getreten. Ah da wäre noch ein Dings gewesen. Scheiße. Das habe ich nicht gesehen. Bratpfanne. Nehme ich mal eine mit. Der ist tot. Sonst haben wir hier nichts mehr. Ja snacken muss ich jetzt erstmal. Muss ich erstmal korrekt snacken. Eine Bratpfanne. Ein Messer. Ach das war noch wieder eine Bratpfanne. Die beiden noch im Mid. Was haben wir da? Fleisch. Ist nichts zum Snacken. Alkohol. Hier war aber noch ein Snack. Den gönne ich mir dann eben. Ist nichts zum Snacken. Aber hier. Alle sind verkaufen. Schon wieder 55.000. Ist ja gar nicht. So. Ist er zufrieden? Wer heißt nochmal Caesar oder? Ne. Titos. Titos war das. So. 9 Millimeter. Und ich würde sagen. Dass wir hier einen Break machen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Schreibt ein bisschen in die Kommentare. Ich würde mich darüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Und Tschüss.